Ja, willkommen. Da kriegen wir auch direkt wieder ins Gesicht hier. Ist aber nicht nett. Von den Werten her Kollegen-Zombie hier. Aber naja, gut. Gibt's Schlimmeres. So. Och, was ist denn los hier? Gib mir dir was umsonst. Ist ja unglaublich. Das hat aber nichts Besseres zu tun. Was hatten wir denn eigentlich vor? Ach ja, ich wollte noch was suchen. Genau. Oh, da haben wir ja ein Dörfchen. Würde ich mal sagen, gehen wir da nochmal gucken. Ja, fällt es schon weg. Da ist schon was weggeholzt. Hier ist auch schon alles raus. Aber Dann werde ich, denke ich mal Falls es denn hier eine Schmiede gab Auch nichts mehr drin finden. Was ist natürlich schade. Das ist natürlich sehr, sehr schade, dass das Haus, äh, dass das Dörfchen hier schon komplett zerrupft ist. Ich dachte, hier könnten wir uns ein bisschen was längerfristig ausleihen, aber Das hat wohl schon jemand anders getan. Na ja, gut. Dann Gehen wir mal weiter. In der Hoffnung, das zu finden, was ich gerade suche. Ey, was ist denn hier los? Es laggt etwas. Wo zur Hölle habe ich jetzt die Druckplatte her? Egal. Auf jeden Fall Ist das Nicht das, was ich vorhatte. Ist nur ein bisschen schade Dass das halt schon Kaputt war. Naja, egal. Wir laufen auf jeden Fall immer noch ein bisschen weiter. Vielleicht finden wir ja noch was anderes. Ja gut, das kann man ja noch mitnehmen. Ist ja auch Okay. Vielleicht finden wir ja auch noch das, was ich eigentlich Aua Eigentlich suche. Was ist denn los hier? Warum Ruckelt es denn so? Ich bin ja alleine am Server. Nichts anderes laufen. Das verstehe ich aber nicht so ganz. Na. Hm. Naja, egal. Wir laufen hier einfach mal noch ein Stück weiter. Hey. 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 Das war aber nicht nett. Irgendwie ruckelt es ein wenig. Gerade. Aber naja, gut. Es lässt sich trotzdem spielen. Oh, was haben wir denn da für einen Schlund? Ich glaube, da müssen wir mal vorsichtig lünkern, was da los ist. Ich glaube, da hätte ich mich mal schubsen können. Naja, das sieht ja ganz nett aus. Das ist aber halt auch einfach mal nicht das, wovon ich auf der Suche bin. Aber das werden wir auch noch finden. Oh, ich bin ein alter Mann. Ich kann nicht schneller laufen. Warum habe ich da. Warum habe ich da eigentlich so rum? Warum habe ich da eigentlich so rum? Das gehört so rum. Gott. Ach ja, dann gehen wir mal suchen. So. Ja, das passiert, wenn man einfach doof durch die Gegend hüpft. Naja, es hätte zum Glück nichts passiert. Ja, wenn man irgendwo unterfällt, steigt der Akrobatik-Skill. Also, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Nehmen wir Rat noch mit. Hier ist auch nicht das, wonach ich suche. Aber naja, wenn wir schon mal immer da sind, können wir hier auch nochmal eben ein bisschen Sand mitnehmen. Nehmen wir wenigstens noch ein bisschen Sand mit. Brauchen wir ja auch für Fenster und so weiter und so fort. Ach ja. Die Seite ist zwar nicht das, worauf ich jetzt eigentlich gerade auf der Suche bin, aber da verabschiedet sich die Schaufel. Haben wir zum Glück noch eine mit. Sand brauchen wir ja auch, dann können wir den auch eben mitnehmen. Ist ja alles kein Problem. Ach ja. So, das sollte jetzt brechen. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum ich Glowstone Dust habe, den gibt es durch MCMMO beim Buddeln. Fallen auch ab und an Schaltplatten raus. Und so weiter und so fort. Na, herkommen. So, naja, komm, die beiden nehmen wir auch noch mit. Schäfchen interessiert mich jetzt gerade auch nicht. Nö. Nö. Das ist jetzt auch gerade uninteressant für mich. Ich sollte aufhören, zu viel zu rennen und zu springen. Dann wollte ich ja nicht so viel essen. Aber man will ja relativ, wenn man irgendwas sucht, will man ja dann meistens relativ zügig gegebenenfalls irgendwo ankommen, wo es sein könnte. Wobei ich mir halt leider nicht mal sicher bin, ob wir das hier in der Ecke überhaupt finden, was ich suche. Oder ob ich dafür gerade einfach komplett in die falsche Richtung laufe. Was bei meinem Glück auch so sein wird. Also ich wäre echt andersrum gelaufen, das ist quasi direkt vor der Tür gewesen, aber... Nein. Ich laufe meistens erstmal in die falsche Richtung. Das ist auch nicht das, was ich suche. Ich meine, Wasser finden ist ja so schon mal ganz schick. Aber ist halt nicht das... Das Michael-Jackson-Schwein. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Oh, nein. Das ist aber nett. Hier sieht es auch nicht danach aus. Wenn jetzt der Kollege von vorhin da wäre, den würde ich ja fragen, ob er weiß, wo ich sowas kriege oder finde. Aber der ist ja nun mal nicht da. Na toll. Jetzt haben wir keine Spitzhacke mehr. Ach, keine Axt mehr. Deswegen baut sich hier auch der Baum nicht ab. Naja, war ja irgendwo klar, dass das passieren muss. Boah, ist ja dunkel hier unten. Äh, nicht absaufen, danke. Dann gehen wir da mal gucken, ob ich irgendwas finde. Naja, das ist ja bis jetzt nicht so eine spannende Folge. Ja, doof durch die Gegend laufen und beim Hin- und Herhüpfen-Failen ist jetzt, äh, hm. Nicht so übel interessant. Aber egal, auch so Erfolg muss es geben. Ja, MCI, du bist jetzt rein, raus. Kann man machen. Jetzt habe ich nur noch zwei Balken. Ich glaube, dann werde ich gleich erstmal ein Päuschen machen, um rauszufinden, was denn da los ist. Das ist ja, äh, ist ja nicht schön. So. Ich meine, gut, ist es so oder so auch nicht, aber... So ist es halt auch, äh... Ja. Bam, 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 bam. Oh, ich bin so ein Idiot, ich bin so ein Idiot, ich bin so ein Idiot, ich bin so ein Idiot. Ich bin so ein Idiot. So ein dummer Idiot. Ich wollte ducken, drücken und drück daneben. Jetzt würde ich mich gerade gerne selber ohrfeigen. Das kann doch alles nicht wahr sein jetzt gerade. Ich gehe kaputt. Ja, gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war natürlich doch eine meiner brillantesten Lösungen. Nicht. Ja. Ich sage da jetzt gar nichts zu. Das ist echt... Oh, in der Fresse. Ja, ich glaube da einfach nicht, ey. Ich glaube das alles nicht. Das kann alles nicht wahr sein, ey. Boah, wie kann man so doof sein? Wie kann man so doof sein? Ich glaube, das werde ich nicht verstehen. Da fällt mir jetzt gerade nichts mehr zu ein, gar nichts mehr. Kopf an den Aufnahmen. Ja, zum Glück hatten wir nicht so viel wertvollen Stuff dabei. Ja. Äh, nur so ein bisschen Sand und so. Egal. Zum Glück war da jetzt nicht so viel wertvolles bei... Glück gehabt. Aber ehrlich ist es schon irgendwie... Nervt mich jetzt schon so ein bisschen. Egal. Können wir nicht ändern. Ich bin doof. Ich bin einfach doof. Ich bin doof. Ich bin doof. Ja. Ja, pfff, was machen wir denn jetzt? Ja, äh, ja. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal gucken, was hier mit meiner Leitung los ist. Bis später, Freunde. Ciao, ciao.